Wenn Sie in einer Datenbank einen interessanten Treffer gefunden haben, wissen Sie noch nicht, wo Sie die gewünschte Literatur nun erhalten können. Dabei hilft Ihnen der Link-Service SFX, der eine Verbindung herstellt zwischen Ihren Datenbanktreffern und den Bestandsinformationen Ihrer Bibliothek. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen an einem Beispiel. Nehmen wir an, Sie recherchieren in einer Datenbank zum Thema Ihrer Seminararbeit und Sie haben zwei relevante Treffer gefunden. Bei vielen Datenbanken erscheint bereits in der Trefferliste das SFX-Symbol. Bei anderen Datenbanken müssen Sie den Treffer nochmal anklicken und SFX begegnet Ihnen erst in der Einzeltrefferanzeige. Dabei kann das SFX-Symbol je nach Datenbank an ganz unterschiedlichen Stellen untergebracht sein. Mal rechts oben, mal links unten. Manchmal versteckt sich SFX auch hinter Verfügbarkeit prüfen. Testen wir, wie wir am schnellsten an den Aufsatz von Gisela Hirn kommen können. Das SFX-Menü wird in einem separaten Fenster geöffnet. Bei dieser Literaturangabe stellen wir fest, dass die UB die Zeitschrift lizenziert hat. Die Zeitschrift liegt in elektronischer Form vor. Deshalb reicht ein Klick und wir können den Aufsatz öffnen. Das ist der schnellste und bequemste Weg, um an ein Dokument zu kommen. Testen wir den Aufsatz Dein Thema für Dummies. Im SFX-Menü ist diesmal kein Volltext aufgelistet. Wir nutzen deshalb das Angebot über Bestandsinformation, den Katalog der UB nach der gewünschten Zeitschrift zu durchsuchen. Mit etwas Glück hat die UB die Zeitschrift abonniert und wir können uns die Signatur notieren. Wenn die Zeitschrift in Würzburg nicht vorhanden ist, bestellen wir den Aufsatz über die Fernleihe. Dazu mehr im Fernleihvideo. Übrigens, SFX steht für Special Effects und wir hoffen, dass Sie den positiven Effekt von SFX in Ihrer nächsten Datenbankrecherche zu spüren bekommen. Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.